Eine Mieterin aus Nordrhein-Westfalen weigerte sich, Betriebskosten in Höhe von 221 Euro für Miete und Wartung eines Rauchmelders zu zahlen. War die Vermieterin berechtigt, die Aufwendungen zur Anschaffung von Rauchwarnmeldern auf ihre MieterInnen umzulegen? Diesen Fall und zwei weitere aktuelle Urteile stelle ich Ihnen heute vor. Rauchwarnmelder zur Miete. Eine Vermieterin forderte von der Mieterin ihrer Wohnung die Zahlung von 221 Euro für Miete und Wartung eines Rauchmelders. Zu den Kosten rund um Rauchwarnmelder stand nichts im Mietvertrag. Allerdings war die Vermieterin vertraglich berechtigt, für künftige Abrechnungszeiträume weitere Kosten auf die Mieterin umzulegen, wenn sie erst später entstehen oder vom Gesetzgeber neu eingeführt werden. Ende 2015 kündigte die Vermieterin an, alle Wohnungen mit Rauchwarnmeldern auszustatten. Zugleich teilte sie die voraussichtlich anfallenden Kosten für deren Miete und Wartung mit, die dann ab 2016 fällig wurden. Die Mieterin weigerte sich zu zahlen. Daraufhin klagte die Vermieterin zunächst beim Amtsgericht Werkheim und dann beim Landgericht Köln. Gegen das Urteil, die Mietkosten für Rauchwarnmelder seien nicht umlagefähig, legte sie schließlich Revision beim Bundesgerichtshof, beim BGH, ein. Nun musste der BGH darüber entscheiden, ob und inwieweit die Kosten für die Miete der Rauchwarnmelder als Betriebskosten umlagefähig sind. Die muss die Kosten für die Miete der Rauchwarnmelder nicht tragen. Vielmehr verwies der BGH darauf, dass die Kosten für die Anschaffung von technischen Einrichtungen für das Mietobjekt keine Betriebskosten darstellen. Dieser Grundsatz dürfe nicht dadurch umgangen werden, dass die Vermieterin die Rauchwarnmelder nicht kaufe, sondern miete. Vermieten sie ihre Wohnung oder Haus und suchen dringend die richtigen MieterInnen? Schalten sie auf immoscout24 kostenlos ihre Anzeige und profitieren sie von unserer großen Nachfrage. Kommen wir zum nächsten Urteil. Die Mieterin einer 38 Quadratmeter großen Wohnung in Köln wollte ihre Wohnung mit einem Boxer-Hund teilen. Doch ihre Vermieterin war nicht bereit, der Haltung des Hundes in der Einzimmerwohnung zuzustimmen. Sie war der Meinung, der Wohnraum reiche dafür nicht aus. Daraufhin klagte die Mieterin. Beim Amtsgericht Köln erhielt sie Rückendeckung. Die RichterInnen bestätigten ihr den Anspruch auf Zustimmung zur Hundehaltung durch die Vermieterin. Sie räumten zwar ein, dass die Haltung eines Boxers in einer Einzimmerwohnung in der Innenstadt nicht gerade als ideal hinsichtlich der artgerechten Haltung anzusehen sei. Dennoch erscheinen 38 Quadratmeter für eine Person mit Hund ausreichend. Für die mietrechtliche Frage ist die Einschätzung der artgerechten Haltung ohnehin nicht relevant. In einem ähnlichen Fall hatte der Bundesgerichtshof darauf verwiesen, dass die Haltung eines Hundes zulässig sei, wenn im Mietvertrag kein entsprechendes Verbot vermerkt wurde. Dabei spiele es keine Rolle, ob die Haltung des Hundes in der Wohnung artgerecht sei. Im dritten Fall geht es um Schönheitsreparaturen. Die MieterInnen einer Altbauwohnung in Berlin-Neukölln hielten nach Mietvertragsende nur das Streichen der Innentüren mit weißer Farbe für notwendig. Denn in ihrem Mietvertrag verpflichtete sie die Schönheitsreparaturklausel zum Streichen der Innentüren. Die Vermieterin wollte aber, dass die Türen abgebeizt und geölt werden. Dafür zog sie sogar vor Gericht. Allerdings konnte sie weder das Amtsgericht Berlin-Neukölln noch das Landgericht Berlin von ihren Forderungen überzeugen. Beide Gerichte stellten übereinstimmend fest, dass die Vermieterin nicht verlangen könne, dass die Zimmertüren geölt werden müssen. Eine solche Verpflichtung entspreche nicht dem Wortlaut der Schönheitsreparaturklausel. Vielmehr seien Anstrich der Türen in einem Altbau mit weißer Farbe üblich. Wünscht die Vermieterin abweichend davon, das Abbeizen und Ölen der Türen? So hätte sie das den MieterInnen zumindest mitteilen müssen. Und damit sind wir am Ende der ImmoScout24 Vermieter-News im Juli. Die ausführlichen Fälle finden Sie auch in den Beschreibungen. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.